So, ich bin Sarah. Ich mache heute mit euch ein tänzerisches Warm-Up. Zunächst die Schritte. Wir haben einmal den Arsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Wir haben den V-Step. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und wir haben den Me-Lift. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, jetzt viel Spaß beim tänzerischen Warm-Up. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.